Hallo zusammen, kennt mich ja noch, ich hoffe das ist jetzt laut genug und man kann das gut hören, denn irgendwie habe ich ein Problem mit dem Mikro. Ja und ich wollte jetzt einfach nochmal was aufnehmen, das ist glaube ich schon oben, also hochgeladen von mir, nur weiß nicht, ich habe einfach Lust das gerade nochmal aufzunehmen und nochmal neu zu spielen und naja, keine Ahnung, hört sich einfach an. Musik 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 Ja, das war es eigentlich auch schon. Zumindest was die Musik angeht. Ich wurde jetzt vom Freund von mir hingewiesen, ich soll nicht so viel Schleichwerbung machen während den Videos. Ich hatte jetzt letztens irgendwann diese Bionade auf meinem Regal stehen, irgendwo hier. Nur jetzt steht da ja mein neuer Fernseher. Was heißt Neue, der ist alt, ich weiß, aber egal. Jedenfalls, wie gesagt, Schleichwerbung soll ich lassen. Und ich weiß nicht, ich gebe halt mein Bestes, falls ich irgendwas aufhören sollte oder sowas, meldet euch doch bitte mal bei mir. Kleinen Moment bitte. Topstar-Cola. Echt geil vom Aldi. Weniger als ein Euro und ich glaube für 1,50 oder 2 Euro kriegt man sogar ein Sixpack von diesen Flaschen hier. Echt super. Ja, heiße ich denn ansonsten. Ne? Ich glaube, ich sollte weniger rauchen. Momentan sind es diese hier, die ich rauche. L.M. Cigarettes. Ja. Was soll ich sagen? Im Großen und Ganzen war es, dass ich jetzt auch aufhören muss. Es ist schon ein bisschen was zu spät eigentlich. Und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst ja, wo ihr Kommentare hinschreiben könnt. Und würde mich freuen, wenn irgendwie Kommentare kommen oder irgendwelche Fragen, Anmerkungen, was, was, ich, was. Aber ich da immer Spaß dran habe, die zu lesen. Und vor allem gibt es ja auch oft Verbesserungsvorschläge, nehme ich gerne entgegen, denn ich bin kritikfähig. Solange es nicht irgendwelche Beleidigungen sind, werde ich die Kommentare dann auch weiterhin da stehen lassen. Und das ist ja auch weiterhin da.